Die Konstruktion eines Verbindungsteils, etwa zwischen einem Quader und einem Zylinder, ist bei Manülem Zeichnen eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Wird dazu jedoch ein 3D-CAD-System genutzt, sind solche Übergangskörper mit wenigen Klicks automatisch erzeugt. Zunächst wird ein Quader gezeichnet. Dieser Quader wird anschließend zu einem Virkantrohr umgearbeitet, was in BeckerCAD mit der Funktion Hohlkörper erfolgt. Wichtig ist, mit der Taste Steuerung die beiden gegenüberliegenden Flächen zu sammeln, damit sich ein Durchbruch ergibt. Damit der noch einzuarbeitende Zylinder sauber zum Quader zentriert ist und zudem in der korrekten Lage eingezeichnet wird, ist es nötig, an der Stirnseite des Quaders eine Konstruktionsebene einzuzeichnen. Anschließend wird zentrisch zur Quaderstirnseite auf der neu erstellten Konstruktionsebene ein Zylinder eingezeichnet. Dieser Zylinder kann nun mit der Funktion 3D-Objekt transformieren vom Quader wegbewegt werden. Die entstehende Lücke wird später ein Übergangskörper füllen. Ein Klick auf den blauen Pfeil ermöglicht die Verschiebung in der X-Achse. Anschließend wird der Zylinder mittels der Funktion Hohlkörper in ein Rohr umgewandelt, dessen Wandung 5 mm beträgt. Taste Steuerung nicht vergessen! Achtung, der Wert muss negativ sein! Nun kann die Lücke mit einem Übergangskörper ausgefüllt werden. Dazu die Funktion Übergangskörper aktivieren und anschließend die beiden Stirnflächen von Quader und Rohr anklicken. Der neu erzeugte Übergangskörper ist jedoch noch nicht hohl, auch wenn die Vorschau diesen Eindruck vermittelt. Daher kommt hier abermals die Funktion Hohlkörper zum Einsatz, damit aus dem Übergangskörper ein Hohlkörper mit einer Wandstärke von 5 mm wird. Auch in diesem Fall mit der Taste Steuerung die beiden Flächen sammeln. Anschließend sind die drei einzelnen Volumenkörper zu einem einzigen Körper zu vereinigen. Für einen Blick in das Innere ist es möglich, über Information Objekt editieren das nun einteilige Volumenmodell durchsichtig zu machen. Eine weitere Möglichkeit für einen Blick in das Innere des Modells bietet die Funktion Schnittebene hinzufügen. Dadurch wird eine Schnittebene ertüchtigt, beim Verschieben in der Z-Achse durchwanderte Bereiche mit ihrem kompletten Aufbau zu zeigen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017